Es ist wieder Zeit, Modezeit. In Ihrem Coop-Fahrenhaus. Das ist der Katalog. Und das ist die neue Mode. Das ist der Katalog. Das ist der Katalog. C-O-O-B. Come on everybody, come along with me. C-O-O-B. I'm gonna show you what you really wanna see. Natürlich gibt es wieder ganz tolle Preise zu gewinnen. C-O-O-B. Zum Beispiel Reisen nach Paris und nach Florenz. Mode und Modisches. Ab sofort in Ihrem Coop-Fahrenhaus. Für diesen Wettbewerb braucht es schon eine Portion Glück. Für mein Sauchbrot hingegen ein schönes Stück Rindfleisch. Und zwar vom Vorderviertel. Trotz vergleichbarer Qualität ist es viel günstiger als Untercoat oder Filet vom Nierstück. Sie müssen Ihrem Coop-Metzger einfach sagen, für was Sie das Fleisch brauchen. Er gibt Ihnen dann ein schönes mageres Stück. Fett ist nicht gut für die Beize. Ein Sauchbrot sollte man im Voraus planen. Damit das Fleisch schön zart wird, muss es sicher eine ganze Woche in einer Beize aus Rotwein, Essig und verschiedenen Gewürzen marinieren. Und achten Sie darauf, dass das Fleisch ganz bedeckt ist von der Beize. Wie Sie denn das Sauchbrot herstellen, das sehen Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche. Diese Coop-Zeitung kommt übrigens neu heraus in diesem handeligen, praktischen Format. Viel interessanter und schöner als bisher. Und mit vielen farbigen Aufnahmen. Und jetzt noch ein Tipp. Auch ein Sauchbrot sollte man nach dem Garen 5 Minuten ruhen, damit der Saft drin bleibt. Und schneiden Sie nur so viel auf, wie wirklich gegessen wird. Die Rest kann man ohne Probleme ein paar Tage im Kielschrank aufbewahren und dann wärmen. Einen guten. Beachten Sie bitte noch das Sonderangebot dieser Woche. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop alle Reisssorten an 900 Gramm und 1 Kilo 40 Kg günstiger. Knorr-Delikatess-Sauce, Champignons und Jägersauce, ein Beutel statt 1,45 nur 1,15. Braten-Sauce Gourmet, Sauce Curry und Sauce Ideal, ein Beutel statt 1,10 nur 90 Kg. Ein Kilo Goldstart-Pomfritt statt 4,30 für 3,40. Coopfrüchte-Quark statt 1 Franken nur 80 Kg. Zwei Flaschen alles Reiniger-Flub statt 6,40 für nur 4,95. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Linzer-Torte statt 3,50 nur 2,90. Bananen per Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen!